Live aus Hamburg, aus dem Studio 1984. Jens Live. Jens Live. Jens Live. Das geht ja schon gut los hier heute Abend, am 21. August, hier kommen schon einige Meldungen rein. Eigentlich muss ich mich noch von der wirren Rede Scholz erholen, aber gebe Fairtalk eine Chance, schreibt Pavel. Oder Carsten schreibt, oh nein, nicht der schwachsinnige Alien-Talk, um die Massen abzulenken. Und Max schreibt, heute wird es Outer-Space-Six. Ja, Spock, schönen guten Abend. Wir hatten es ja angekündigt. Wir haben heute die große Aufgabe, über ein Thema zu sprechen. Darüber hätte ich mich fast noch nicht getraut zu sprechen, vor, ich sage mal, zehn Jahren. Und mittlerweile ist es aber so, naja, das war ja so ein Thema, ja, ich meine, UFOs, dieses Ganze, alles, was hier beim Mond aufhört, ja, kann man ja sagen, wurde ja bis vor ein paar Jahren noch als kompletter Schwachsinn abgetan. Oder Echsen. Oder Echsen, genau. Und das hat sich ja krass verändert in den vergangenen Jahren, zumindest dahingehend, dass ich seit einigen Jahren in den Medien Schlagzeilen wahrnehme, die mich erstaunen. Also sogar hier in den deutschen Medien Schlagzeilen, die seriöser zu diesem Thema klingen, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Weil bislang war das immer so, wenn sich irgendjemand zum Thema UFOs geäußert hat, dann wurde der irgendwie mit so einem komischen Gesichtsausdruck abgebildet, irgendwie so, ja, und wurde also gleich als irre abgestempelt. Das hat sich ein bisschen verändert. Gut, gibt es immer auch nochmal wieder, aber grundsätzlich dringt eine ganze Menge durch und das kommt von Amerika. Wir haben heute Robert Fleischer als Gast hier in der Sendung, freue ich mich sehr auf das Gespräch. Er ist ja Experte in diesem Thema und ja, du bist aber auch Experte, Spock. Du beschäftigst dich damit auch seit wann? Naja, genau genommen seit meiner Geburt auf dem Vulkan, ne? Okay. Ja, hallo Jens erstmal. Hallo, liebe Zuschauer. Nach einer Woche sind wir wieder live. Allein das ist ja schon mal wieder, das ist ja auch schon fast außerirdisch, oder? Das ist außerirdisch, ja. Ne, aber sag mal, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Naja, also eigentlich nicht anders als alle anderen. Also ich habe als Kind dann schon mal Erich von Däniken gelesen und ja, weiß ich nicht, jetzt in letzter Zeit natürlich, weil ich ja kaum noch deutsche Informationen wahrnehme, beziehungsweise auch seit 1995 keinen Fernseher mehr habe und also eigentlich meine Informationen seit der Zeit selber suche und das ist natürlich in der Regel nicht bei ARD und ZDF und wenn man dann ein bisschen außerhalb des sogenannten Mainstreams sucht, dann ja, dann findet man einfach deutlich mehr und was da in Amerika gerade abgeht, ist ziemlich, also ziemlich ungewöhnlich, wobei das ja auch letztlich schon 2017 begonnen hat mit einem Bericht in der New York Times, der da veröffentlicht wurde. Und das hat ziemlich eingeschlagen. Ja, und seitdem gibt es ja auch ein paar Protagonisten, die auf der Bildfläche erschienen sind, die plötzlich all die Sachen, die früher sehr fringe waren und wahrgenommen wurden, doch in einem anderen Licht erscheinen lassen. Also insofern ist deine Wahrnehmung tatsächlich richtig, wobei das mich ein bisschen wundert, weil in Deutschland ist es eigentlich immer noch so, wie du es im Negativen beschrieben hast. Naja, aber ich habe hier mal einfach, um da mal kurz ein paar Überlege zu bringen, ZDF hat zum Beispiel geschrieben, USA vertuschen laut Ex-Offizier UFO-Programme. Ja, also das ist ja, klingt jetzt ja erstmal nach einer Schlagzeile, wo ich sage, das war neu für mich, dass sowas beim ZDF steht. Und ich meine auch gut, Physiker Harald Lesch warnt vor Besuch von Außerirdischen, das ist jetzt ganz aktuell, vom 11.8.23. Also das ist auf jeden Fall eben nicht mehr, also nur noch irre und verrückt, sondern, also ich meine, die Frage ist natürlich jetzt, was wird damit erreicht? Darüber werden wir heute Abend noch sprechen. Oder was soll damit erreicht werden? Aber es ist in den Medien angekommen. Und ich meine sogar schon, ich muss mal einmal sagen, hier, 3.12.2010, Frankfurter Allgemeine Zeitung, habe ich eine Schlagzeile gefunden, die NASA kündigt eine Pressekonferenz an, die unseren Blick auf außerirdisches Leben verändern soll. Also es ist sogar doch schon auch ein bisschen länger im Gang, aber wie gesagt, meine Wahrnehmung ist, so besonders seit anderthalb Jahren, dass das immer häufiger mit Schlagzeilen auch hier erscheint, die mich überrascht haben. Ja, die sind zum Teil ein bisschen überraschend, oftmals sind die Versprechen, die Schlagzeilen, aber letztlich mehr, als dann in dem Artikel oder in den Berichten steckt. Das muss man auch ganz klar sagen. Also gerade auch die Bild-Zeitungsüberschriften zum Beispiel, da hat man manchmal das Gefühl, ah, okay, und dann geht es aber komplett hanebüchen weiter oder es wird eben genau so ein Foto von den Protagonisten gezeigt, wie du eben vorgemacht hast. Genau, so, dass der, dieser UFO-Whistleblower, also der wird schon so irre dargestellt irgendwie. Also das passiert halt auch noch. Aber das passiert interessanterweise vermehrt in Deutschland. Darüber wird uns Robert vielleicht auch noch ein bisschen was sagen können. Also in Amerika sieht die Sache ganz anders aus. Also da gibt es wenig Medien, die sich überhaupt noch trauen, diese lächerliche Kites-Schiene zu fahren. Wie gesagt, außerhalb Amerikas sieht das ein bisschen anders aus. Auch in England wird das zum Teil noch irgendwie versucht. Auch in der Anmoderation wird dann vom Aluhut geredet. Oder ja, also auch hier haben wir neulich, ich glaube, das war, ach so, bei Welt-TV, da ist der deutsche Astronaut Ulrich Walter, der auch immer gern zur Stelle ist, wenn es darum geht, interviewt worden. Und auch da war in der Anmoderation gleich so, also wann haben Sie denn, wie viele Aliens haben Sie denn auf Ihrem Weltraum getroffen? Also es wird sofort so in dieses Lächerliche reingezogen. Wobei der Walter natürlich dann darauf auch eingeht. Und weil der das ja selber, der redet. Also bis heute noch von einem Fliegenschiss auf der Linse. Also solche Sachen entblödet der sich nicht von sich zu geben, tatsächlich. Hier schreibt Harald Hauck zum Beispiel, super, Harald Lech? Nee, Harald Hauck, super, dass ihr über das UFO-Thema sprecht. Es wird wirklich Zeit, da mal mehr herauszufinden. Und Robert ist ja wirklich kompetent. Das stimmt. Und das ist tatsächlich, also ich finde es auch, bei all dem Schmerz, der gerade da draußen passiert und all den schrecklichen Dingen, aber es gibt ja immer auch eine Gegenbewegung. Und die Gegenbewegung ist, dass plötzlich auch Themen an die Oberfläche kommen, die und auch betrachtet werden plötzlich. Also die Wahrheit, das will ich damit sagen, will irgendwie nach oben. Und das heißt ja auch überhaupt gar nicht, Das stellen wir ja die ganze Zeit fest. Genau. Und das heißt ja auch überhaupt gar nicht, dass wir hier behaupten, die Wahrheit zu haben. Aber das Spannende ist, finde ich, und da werde ich immer hellörig, wenn ein Thema nicht besprochen werden soll oder wenn ein Thema per se sofort ins Lächerliche gezogen wird, dann finde ich es gerade wichtig, da mal nachzuschauen, was da los ist. Genau. Das ist wohl wahr. Und auch das ist, glaube ich, eine neue Entwicklung, dass das dann tatsächlich passiert. Also wir stellen ja immer wieder fest, dass im Moment so viele Sachen auffliegen, weil das ja auch so ein bisschen die Zeitqualität ist. Aber guck mal hier, Grittin schreibt zum Beispiel, es ist ja auch lächerlich und nicht zweiteils ein Wunschtraum. Da frage ich mir, das ist ja auch... Woher weiß er denn das? Naja, aber genau. Also nochmal, ich möchte es an der Stelle nochmal und anhand dieses Beispiels auch nochmal deutlich machen. Wir wissen das ja auch nicht, aber wir müssen ja darüber sprechen. Das heißt nur, weil wir es noch nicht sehen können oder weil wir noch nicht die Beweise haben, die unser Verstand braucht, um das zu akzeptieren, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. Und was es da gibt, da werden wir halt eben mit Robert auch drüber sprechen, welche Erkenntnisse und welche Beweise und Belege es auch gibt, die jetzt, Stand heute, 21. August 2023, ja schon da sind. Und da wir da von den deutschen Medien kaum drüber informiert werden, wie gesagt, mit kaum meine ich schon häufiger als früher, aber immer noch sehr sparsam und sehr irgendwie eigentlich unter der Decke gehalten. Genau, und vor allen Dingen ohne Hintergründe. Genau, sieht das in Amerika ja ganz anders aus. Genau, ohne Hintergründe, ja. Vielleicht kannst du nochmal kurz, Bok, es hat ja jetzt gerade eine Anhörung gegeben. Vielleicht steigen wir mal so in die ganze Geschichte ein. Vielleicht kannst du einfach mal all denjenigen, die das nicht bisher mitbekommen haben oder da nichts mit anfangen können. Weshalb ist das Thema zum jetzigen Zeitpunkt so brandaktuell? Ganz kurz ist das leider nicht möglich. Also da müsste man schon sehr weit ausholen. Also vielleicht würde das Robert gelingen, das ganz kurz zusammenzufassen. Es gab in den USA eine Anhörung vor einem Kongressausschuss. Das ist im Prinzip sowas wie ein Rechnungshof-Ausschuss gewesen. Also daran haben sie es aufgehängt und weil festgestellt wurde, dass Gelder verschwinden in schwarzen Projekten. Und es gibt ja schon seit einiger Zeit eine Behörde in Amerika, die ständig umbenannt wird, die eben sich mit diesen UFO-Sichtungen beschäftigt und auch mit den Menschen, die diese Sichtungen hatten und auch zum Teil Folgen davon tragen. Und da ist das eben festgestellt worden, ist dann letztlich dem Kongress zu Gehör gekommen. Und da der Kongress letztlich dafür zuständig ist, diese Geldvergabe, diese Budgets auch im Überblick zu halten. Also das geht da um demokratische Kontrolle natürlich. Ich sage das jetzt einfach mal so, man kann natürlich jetzt auch vor Lachen unterm Tisch zusammenbrechen. Aber so ist es eben erstmal eigentlich gedacht, dass der Kongress dazu da ist, demokratische Kontrolle auszuüben, zum Beispiel über das Pentagon. Und wenn das Pentagon einfach Sachen macht am Kongress vorbei, dann wird der sauer. Oft kriegen sie davon nichts mit, denn diese Sachen sind in Black Projects nicht umsonst verborgen und auch ziemlich gut verborgen, so in drei bis vier Unterprojekten. Das heißt, da gehen Gelder irgendwo hin und keiner kriegt es überhaupt mit, wo sie hingehen. So, und jetzt gibt es aber Whistleblower, die darüber berichtet haben. Es wurde ein Whistleblower-Gesetz beschlossen in kurzer Zeit, damit diese Menschen, die Wissen darüber haben, überhaupt in der Lage sind, aussagen zu dürfen. Weil normalerweise unterliegen sie der Geheimhaltung, also deren Wissen unterliegt der Geheimhaltung. Und um das dem Kongress mitzuteilen, müssen sie so eine Art Amnestie erfahren, damit sie das überhaupt dürfen. Und dieses Gesetz hat der Kongress durchgebracht, so dass die jetzt eben vor dem Kongress berichten dürfen, ohne dann überhaupt jetzt sich dadurch was zu Schulden kommen zu lassen. Aber warum zum Beispiel, es gäbe ja auch noch andere Themen. Also es gäbe ja Themen, wo man jetzt sagt, zum Beispiel... Ganz viele Aluhut-Themen. Ja, 9-11, Kennedy, Mondlandung, hier, da haben wir ja den Kollegen so. Also warum gerade dieses Thema? Das Thema ist deswegen interessant, weil sich die Berichte eben auch verdichtet haben darüber, dass militärische Zwischenfälle eben beobachtet werden. Das heißt, wenn so ein Objekt im Luftraum herumvagabondiert und tatsächlich militärische Operationen beeinflusst oder sogar gefährdet, dann gibt es guten Grund, mal zu gucken, was denn da Kreise um die eigenen Kampfflugzeuge zieht. Zumal die Piloten eben auch eindeutig sagen, also wir haben überhaupt mit unseren Mitteln, mit unserer zu uns zur Verfügung stehenden Technologie nicht den Hauch einer Chance, irgendetwas gegen die zu unternehmen. So, und jetzt wird noch oft gesagt, ja, könnte es nicht der Technologie der Russen oder der Chinesen sein? Da gibt es eine sehr einfache Antwort darauf. Ja, das könnte sein. Nein, das könnte nicht sein. Denn diese Beobachtungen werden schon seit fast 100 Jahren gemacht. Also auch im Zweiten Weltkrieg gab es die schon. Und da war tatsächlich niemand so weit. Es handelt sich weder um Drohnen der Chinesen noch um einen Fliegenschiss auf der Linse, weil diese Daten, weil es sich eben auch nicht nur um Berichte von Piloten handelt, sondern inzwischen eben auch mit militärischen Mitteln, Radardaten, Infrarotdaten. Also es geht nur um die Vorfälle, wo tatsächlich gleichzeitig mehrere Datensätze vorhanden sind. Und wenn dann das Militär sagt, können wir uns nicht erklären, dann sind es die Fälle, die eben nicht durch Fliegenschiss auf der Linse erklärt werden können. Ich möchte noch mal ganz kurz irgendwie hier ein paar Kommentare zusammenfassen im Sinne von, also Robert Fleischer kommt gleich, weil einige gefragt haben, ob du Robert bist. Also ich möchte es nur klarstellen. Nein, Robert kommt gleich. Der wird gleich zugeschaltet. Der sitzt ja auf Mallorca. Und von daher haben wir ihn gleich live im Gespräch in ein paar Minuten. Und ich schaue hier nochmal gerade, was schreibt Andel da, wer glaubt, dass wir hier alleine sind im ganzen Universum, der hat nicht verstanden, dass man selbst ewig ist. Ja, dieses Thema, also für mich jetzt ganz persönlich ist das Thema insofern, also gefühlt, ich kann es ja nicht beweisen, aber gefühlt schon immer wahr gewesen, wenn ich irgendwie als Sechs- oder Siebenjähriger einfach ins Universum, in den Sternenhimmel geschaut habe, wenn ich mir gedacht habe, es kann nicht sein, dass wir die Einzigen sind. Und überhaupt, das Leben ist so verrückt, also alles ist so verrückt, das gibt es nicht, dass wir in diesen unendlichen Weiten nicht irgendwo, ich sage mal, Kolleginnen und Kollegen haben, die uns... Ein paar hunderttausend Jahre voraus sind. Ja, aber das ist eben mein Glaube, das ist ein Glaube, den ich nicht belegen kann, ist ein Gefühl, ein rein intuitives Gefühl. Und umso spannender finde ich es natürlich, wenn es dann nach und nach Beweise gibt, obwohl dieser Kommentar, den ich am Anfang genannt habe und auch der hier von Solvero kommt, das Thema ist eine False Flag. Na klar, auch das ist möglich. Ich meine, das, was wir in den vergangenen drei Jahren erlebt haben an Desinformation, ja, rund um die Uhr, 24-7, warum sollte gerade jetzt das im Interesse sein, das der Bevölkerung nahezubringen? Ja. Und dann auch noch auf eine ehrliche Art und Weise. Ja, die Frage ist, ob das tatsächlich irgendein Interesse ist und wenn ja, welche Interessen wo sind. Zuerst sollten wir noch mal eine kurze Sache klarstellen. Also weil du eben gerade auch so von den unendlichen Weiten geredet hast, es geht nicht ausschließlich um Aliens, die mit einem Raumschiff hierher kommen. Also die Physik ist heute weiter als vor 20 Jahren oder 40 Jahren. Es geht eben auch um interdimensionale Intelligenzen und deswegen wird inzwischen eben auch nicht mehr von Außerirdischen gesprochen, sondern von nichtmenschlicher Intelligenz, um eben tatsächlich alles, was möglich und denkbar ist, einzuschließen. Also das heißt, die Geschichte mit einer Reise, mit einem Raumschiff, die ist eigentlich, also ich würde, also ich weiß nicht, ob da jeder zustimmen würde, aber ich persönlich würde sagen, also für mich ist diese Geschichte im Prinzip ad acta gelegt. Also es werden keine Millionen Lichtjahre in einem Raumschiff zurückgelegt als reine Wegstrecke. Das wird ganz anders passieren und da muss man dann im Prinzip sich auch mal ein bisschen mehr mit Burkhard Heim befassen. Also die Erklärung gibt es bereits und die Frage ist nur, ist es wirklich so weit, dass irgendwelche nichtmenschlichen Intelligenzen dazu schon in der Lage sind? Und wie gesagt, die Berichte darüber, dass komische Sachen in der Richtung passieren, die sind eben nicht nur seit 2017 da, die waren schon da, als wir Kinder waren, die waren schon in den 50er Jahren da und die waren schon im Mittelalter da und auch schon vor tausenden Jahren. Wenn man das heute nach diesem, mit unserem Wissen heute liest, irgendwie alte Berichte, dann würde man eben ganz klar sagen, das sind UFO-Beobachtungen. Wenn es die Außerirdischen gibt, wüsste ich zum Beispiel gerne, in welcher Währung die bezahlen. Aber ich möchte mich bedanken bei Normi Royale für 200 norwegische Kronen. Geil. Damit wird unser Format hier unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Robert, ich hoffe, du bist gleich da. Wir freuen uns. Aber jetzt sehe ich dich, Robert. Wunderbar. Das heißt also, ich denke, wir können jetzt, wenn die Regie das freigibt, das Bild teilen. Genau. Hallo, Robert. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Jens Live. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Hi, Jens. Schön, euch mal wiederzusehen. Viele Grüße nach Hamburg. Robert. Dankeschön. Du bist auf Mallorca und hast dich darüber beschwert, dass es zu heiß ist. Ja, es ist in der Tat sehr heiß. Und wenn man hier was rauschen hört, dann sind das nicht die Palmen, sondern das ist die Klimaanlage. Ohne die ist im Sommer hier zumindest hier im ersten Stock in diesen Betonmauern nicht auszuhalten. Also wir hatten heute tagsüber 37 Grad. Und das ist, da geben die dann schon so eine kleine Wetterwarnung raus. Ja, also aber nicht wegen der 37 Grad am Tag, sondern wegen der 27 Grad in der Nacht. Oha. Und das, ja. Das klingt warm. Ich möchte dich mal kurz, Robert, mit einem Kommentar hier konfrontieren von Solvero. Ich habe es mir hier abgeschrieben aus dem Chat, weil der hier so schnell durchrauscht. Er schreibt oder sie schreibt, ich kann es nicht sagen, sie sind bereits hier. Es sind keine Menschen, aber auch keine Außerirdischen. Das Thema ist eine False Flag. Was antwortest du darauf? Aha. Genau, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Ich würde gerne wissen, auf welcher Quelle das beruht. Sie sind keine Menschen und keine Außerirdischen und das Ganze ist eine False Flag. Also ich meine, das wird ja jetzt sehr gerne oft gesagt, die Geschichte mit Blue Beam und das ist alles jetzt eine große False Flag Geschichte, die jetzt hier geplant ist. Die letzte Karte wird ja Außerirdische Bedrohung sein und so. Das schwirrt ja schon seit Mai 2001 durch den Äther, als Stephen Greer seine Disclosure Project Pressekonferenz organisiert hat. Und da trat eben auch eine ehemalige Mitarbeiterin von Werner von Braun auf, Carol Rosin hieß sie, die gesagt hat, dass das die Botschaft gewesen wäre, die Werner von Braun ihr am Sterbebett übermittelt hätte sozusagen. Und was soll ich dazu sagen? Auszuschließen ist natürlich nichts in Zeiten wie diesen, aber wenn das so wäre, dann wäre das die bekannteste geheime psychologische Operation der Welt. Und das ist irgendwie ein Widerspruch in sich für mich. Also Operation Blue Beam, dass irgendwelche Sachen an den Himmel projiziert werden, technologisch wäre das sicherlich kein Problem. Aber die Frage ist, ob die Menschen, nachdem das schon so lange zirkuliert ist, auf sowas noch reinfallen würden. Hast du denn eine Antwort darauf, warum das jetzt gerade auch gerade in Amerika in den Mainstream-Medien so ein großes Thema ist, wo wir ja den Medien, sage ich mal, gerade in den vergangenen Jahren doch eher schwierig vertrauen konnten? Also ich denke, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, von innerhalb der Geheimdienste, die das Ganze forciert. Und da gehören sicherlich auch die dazu, die in den letzten Jahrzehnten an diesen Geheimprojekten mitgemacht haben, beziehungsweise Leute, die über andere Leute wissen, denen sie vertrauen und so weiter und so fort. Also es hat ganz klar einen Kampagnencharakter. Das hatte es schon seit Dezember 2017, als die Pentagon-Videos an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und dahinter steckte damals die To the Stars Academy, die wiederum ein seltsames Gebräu aus Unterhaltungsindustrie und Geheimdiensten war. Und natürlich muss man da vorsichtig sein, wie man das bewertet, wie man das sieht. Also jetzt Hurra schreien und alle Geheimnisse kommen ans Licht. Ich glaube, dafür ist es auf jeden Fall zu früh, denn es sieht nicht so aus, als würde das dafür, als würde all das dienen dazu, dass die Menschheit alle Geheimnisse der Amerikaner erfährt in Bezug auf UFOs. Also ganz im Gegenteil. Ich habe im vergangenen Herbst den ehemals dritthöchsten Geheimdienstmann im Pentagon, Christopher Mellon, interviewt. Und ich habe ihn gefragt, was ist der, what's the benefit for the world, ja? Also was ist der Nutzen für die Menschheit, für die Welt? Und er hat gesagt, das wird nicht gemacht für den benefit of the world, sondern es geht um die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Und es geht darum, dass die Leute im Kongress, die es wissen sollten, darüber Bescheid wissen, was da so passiert. Und ich vermute, dass auch noch ein ganz, also wenn das so ist, wie David Grush sagt, der Whistleblower, der jetzt im Kongress ausgepackt hat, dann steckt bei dieser Veröffentlichung dieses Geheimnisses, dieses angeblich seit Jahrzehnten fortbestehenden Bergungsprogrammes von gelandeten oder gecrashten UFOs und Nachentwicklungsprogramms steckt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dran als nur die Existenz von anderen, sondern man muss sich ja die Frage stellen, wenn die 90 Jahre lang solche Technologie hatten und versucht haben, die nachzubauen, wie weit sie damit gekommen sind und wenn sie damit irgendwo hingekommen sind, welche Art von Technologie sie nachgebaut haben und wofür sie diese Technologie im Geheimen einsetzen. Und das sind eben alles Sachen, die jetzt drohen aufzufliegen und deswegen gibt es großen Gegenwind auch aus Geheimdienstkreisen gegen diese Veröffentlichungen. Und dieser Gegenwind ist für mich ein starkes Indiz dafür, dass es sich hier halt nicht um eine gesteuerte Kampagne von der US-Regierung handelt, sondern das sind einzelne Leute aus dem Geheimdienstestablishment, die diese Sachen vorantreiben gegen den Widerstand von anderen Leuten, die alles tun würden, um diesen Geist wieder zurück in die Flasche zu stopfen. Was ist sozusagen Stand heute, also jetzt 21. August 2023, für dich, also das aus den vergangenen Wochen und Monaten Überzeugendste? Ist das auch diese Kongressanhörung gewesen? Also ich frage immer natürlich aus dieser Perspektive, weil, nochmal, für mich ist dieses Thema insofern ein Gefühls-, ein Emotionsthema, ein intuitives Thema, ich habe das eben schon erzählt, kurz bevor du im Interview warst, weil ich fühle, dass eh seitdem ich Kind bin, dass es da was anderes gibt. Aber ich kann es natürlich nicht beweisen so. Das heißt also, was sind für dich die größten Beweise, Robert? Also die größten Beweise haben sich nicht im US-Kongress jetzt abgespielt und auch nicht durch die Aussagen von David Grush, sondern ich mache das ja seit 2007, also ich bin schon jetzt seit 16 Jahren daran, Archive zu durchfosten, mit Expertenwissenschaftlern, Piloten, Militärs, auch Geheimdienstlern zu reden und so und Sachen zusammenzutragen, die übrigens bald in Form eines Buches herauskommen werden. Das bin ich ganz stolz, das ankündigen zu dürfen, dass also jetzt hoffentlich mein Buch diesen Herbst noch rechtzeitig zur Buchmesse auf den Markt kommen wird. Und darin habe ich eben das alles mal aufgezeichnet. Und das sind die Enthüllungen von David Grush nur das Sahnehäubchen drauf. Denn was man sagen muss, ist, die Beweise, die finden sich nicht in irgendwelchen Aussagen vom US-Kongress, sondern in den jahrzehntelang angelegten Akten von Militärs weltweit beispielsweise. Also es gibt mindestens 29 Länder, die sich mit UFOs beschäftigt haben und teilweise Akten dazu freigegeben haben. Es gibt in neun Ländern, und zwar in Argentinien, Chile, China, Frankreich, Kanada, Peru, Russland, Uruguay und den USA, eigens gegründete staatliche Stellen zur Untersuchung des UFO-Phänomens. Also warum sollten diese ganzen Länder dieses Phänomen untersuchen, wenn es kein echtes Phänomen gäbe, wie das gern in deutschen Medien kolportiert wird, oder wenn das nur in den USA vorkäme. Das ist ja auch Quatsch. Also es gibt ja wirklich aus allen möglichen Ländern Akten dazu. Außerdem gibt es ja noch geheime militärische UFO-Forschungsprojekte in den USA, Großbritannien und in der ehemaligen Sowjetunion, die erst im Nachhinein bekannt geworden sind. Und wenn man sich das anguckt, wer da alles Mitglied ist, also alle Mitglieder der Five Eyes Geheimdienstallianz zum Beispiel, also USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, sind dabei. Es sind mehrere europäische Staaten dabei, sehr viele NATO-Mitglieder auch und so weiter. Und womit beschäftigen die sich? Die beschäftigen sich mit auf Sensoren, wie Spock vorhin gesagt hat, mit auf Sensoren festgestellten UFO-Erscheinungen, mit Landespuren, die von der Gendarmerie festgestellt werden, dokumentiert werden, mit physikalischen Wechselwirkungen in Form von Pflanzenanomalien, von am Landeort gesammelten Pflanzen, die dann in nationalen Labors, also in staatlichen Labors in Frankreich untersucht worden sind zum Beispiel und Anomalien rausgefunden haben. Und womit sie sich in letzter Zeit auch viel mehr beschäftigen müssen, sind Gehirnschäden und Gesundheitsschäden durch UFOs oder durch exotische Fluggeräte, oder wie Sie es sagen, denen bestimmte Mitarbeiter zu nahe gekommen sind. Also es ist ein Phänomen, das auf der ganzen Welt scheinbar existiert. Und in Amerika bricht das jetzt eben gerade auf. Und da bleibt immer noch die Frage, warum gerade jetzt? Ich habe keine Antwort darauf, warum gerade jetzt. Ich gehöre ja jetzt nicht zum Organisationskomitee dieser Freilegungskampagne. Also keine Ahnung. Ja, wenn das in Deutschland passieren würde, dann wärst du natürlich aber eigentlich jemand, der dazu gehört. Das kann man ja fast so sagen, als wenn man sich da anguckt. Ich habe ja keine Staatsgeheimnisse. Ich bin ja nur Journalist. Ja, ja, aber in Amerika sind es ja auch vor allen Dingen zwei Journalisten, die da jetzt auch mit in dem Untersuchungsausschuss saßen, nämlich Jeremy Corvill und George Knapp. Das wäre ja fast so, als ob du und Erich von Däniken zusammen mit Hans-Georg Maaßen in Deutschland einen Untersuchungsausschuss initiieren würden. Aber du hast da eben schon mal nochmal auf die untersuchten Wirkungen, bist du schon kurz eingegangen. Und ich hatte vorhin schon kurz über dieses Whistleblower-Gesetz gesprochen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig dargestellt habe. Was ist denn mit den Leuten, von denen wir wissen, dass sie schon seit Ewigkeiten da mittendrin stecken und also eben solche Untersuchungen wie zum Beispiel diese Gesundheitsschäden machen? Da hast du jetzt, glaube ich, schon Gary Nolan genannt. Aber da gibt es eben auch Leute wie Eric Davis und Harry Potter, von denen ja bekannt ist, dass sie wirklich eben auch mit den geborgenen Materialien gearbeitet haben. Also das ist zwar alles nicht offiziell, aber die haben sich ja so weit aus dem Fenster gelegt, dass man das schon als gegeben ansehen kann. Steht eine Aussage dieser Leute jetzt mit diesem Whistleblower-Gesetz eigentlich noch was im Wege? Oder können wir damit rechnen, dass die auch jetzt mal auspacken können? Also wenn es eine Aussage gibt unter dem Whistleblower-Gesetz, dann ist das nichts, wovon die Öffentlichkeit zwangsläufig mitbekommen muss. Genau. Das ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Gesetz allein dazu dient, dass diese betroffenen Leute sich über Geheimdienstkanäle quasi letzten Endes an den Kongress wenden können. Und ich gehe davon aus, wenn sie das nicht schon gemacht haben, dann werden sie das noch machen und ihre Aussagen dort abliefern. Ich weiß ja, dass zum Beispiel Arrow, die Behörde, von der du vorhin gesagt hast, dass die ständig ihren Namen ändert. Also jetzt hat sie zumindest schon ein Jahr lang denselben Namen. Das ist die All-Anomaly-Domain-Resolution-Office. Nein, All-Domain-Anomaly-Resolution-Office. Also das Büro zur Aufklärung von Anomalien aus allen Domänen, also aus Weltall, Atmosphäre und Luft und Wasser. Die haben ja 30 Leute inzwischen angehört. Ich war da quasi, da war ich dann doch tatsächlich schon ein bisschen mehr näher am Puls der Zeit und wusste dann schon, dass die verhört werden sollen, bevor sie angehört worden sind von Arrow und habe das dann quasi live mitbekommen. Wir haben auch bei uns auf exomagazin.tv zwei Zeugen, die will ich jetzt nicht namentlich nennen, weil das Ganze so ein bisschen, naja, aber jedenfalls, die haben wir also mehr oder weniger zeitgleich zu Arrow auch selber interviewt. Und die haben dort genau dasselbe gesagt wie bei Arrow. Also da sind auf jeden Fall Sachen am Start. Aber es gibt einen großen Gegenpush aus der, ein Pushback, wie man so sagt, Blowback. Also wie man jetzt hört, wird es wohl entgegen der aller Erwartungen keine weitere Anhörung vor dem House Oversight Committee geben, wie wir sie am 26. Juli erwähnt, erlebt haben, weil es, so hört man, das sind so bislang unbestätigte Gerüchte, aber Christopher Mellon hat das auch angedeutet in dem Tweet, dass es da hinter den Kulissen Absprachen gegeben hat, dass das besser nicht mehr gemacht werden soll. Es wird kolportiert, dass es darum geht, das Ansehen des Verteidigungsministeriums nicht weiter zu beschädigen. So habe ich das gehört. Und da siehst du ja eben, dass es eine große Gegenbewegung gibt. Also viele Versuche, diese Enthüllungen eben aufzuhalten. Und man muss dazu sagen, auch verständlicherweise, denn wie wir ja von Soziologen und Wissenschaftlern, also von Politikwissenschaftlern, von Soziologen, auch von Rechtsanwälten wissen, mit denen ich auch Interviews geführt habe und die das sehr genau begründen können, ist mit dem absoluten Chaos zu rechnen, wenn sich weltweit herumspräche, dass wir nicht die hellste Kerze auf der Torte sind. Da würde alles in Frage gestellt werden, von heute auf morgen. Das könnte zu kriegerischen Handlungen kommen. Es wäre ein Super-GAU für die Wirtschaft, bestimmte Wirtschaftszweige würden komplett wegbrechen. Wenn dann auch noch nachentwickelte außerirdische Technologie oder Technologie, die aus solchen Fluggeräten kommen, die nachentwickelt worden ist, auf den Markt käme, würde das eventuell einigen Akteuren auf der weltpolitischen Szene einen entscheidenden revolutionären Vorteil gegenüber ihren Gegnern geben. Andere würden hinten runterfallen. Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen mächtig und ohnmächtig würde immer größer und so. Also es ist wirklich so, diese schnelle, überstürzte Bekanntgabe von irgendwas ist ein sehr heißes Eisen. Und ich weiß, dass im US-Kongress jetzt gerade ein UFO-Disclosure-Gesetz angedacht ist, interessanterweise vom Mehrheitsführer der Demokraten angekündigt. Chuck Schumer heißt er, glaube ich. Und der hat gesagt, die Weltöffentlichkeit hat, die Amerikaner haben ein Recht über nichtmenschliche Intelligenz und Fluggeräte unbekannter Herkunft zu erfahren. Und wir schlagen hier also vor, dass es ein Komitee gebildet wird, dass sämtliche UFO-Akten, die es gibt, bei der US-Regierung freigibt, Stück für Stück und nur die für sich behält, die wirklich von großer Bedeutung für die nationale Sicherheit sind. Also sie überlegen sich jetzt schon mal langsam, wie sie dann diesen Wust an Informationen so an die Öffentlichkeit geben werden, dass dabei kein großes Chaos entsteht. Robert, ich muss da jetzt noch einmal fragen, aus meiner Sicht dieses, also woher nimmt man denn diese Sicherheit, dass sich das jetzt zum Beispiel um außerirdische Technik handelt und dass das nicht irgendwie was Weltliches ist. Also woran macht man das fest? Gibt es da konkrete Indizien? Nein. Ich kann es mir halt einfach, also ich kann es mir halt einfach noch gar nicht so richtig vorstellen. Ja, also es ist ganz ausdrücklich nicht die Rede von Außerirdischen. Außerirdische bedeutet ja, dass sie von einem anderen Planeten hierher geflogen kommen. Das wissen wir nicht. Keiner weiß es. Das habe ich auch schon, das sage ich auch schon seit vielen Jahren, dass man eigentlich nur sagen kann, es ist eine wie auch immer geartete fremde Intelligenz hier unterwegs. Und das kann man sehen an den dokumentierten militärischen Zwischenfällen, die zum Beispiel nehmen wir diesen Nimitz-Fall, Zwischenfall 2004 vor der Westküste der USA, als ein atomgetriebener Flugzeugträger von mehreren solcher Dinger umrundet worden ist. Und zwar wochenlang hat es sich ständig dort im Übungsgeschehen gezeigt. Einmal sollten die abgefangen werden und die beiden Jets, die hingeflogen sind, und haben das Ding dann dabei beobachtet, was übrigens aussah wie ein Tic-Tac-Bong-Lutsch-Bong-Bong-Kau-Bong-Bong. Deswegen heißt es Tic-Tac-Vorfall. Wie es über der Wasseroberfläche so hin und her gezischt ist, so völlig erratisch. Und dabei mit einem ungeheuren Tempo und bei diesem Hin und Her entstehen Beschleunigungen, also unglaubliche Gehkräfte, die ein menschlicher Pilot einfach nicht überleben würde. Und das Flugzeug auch nicht. Und dann ist es verschwunden und ist kurze Zeit später an dem Ort aufgetaucht, wo die Piloten gerade hin unterwegs waren. Also wo sie als nächstes hinfliegen sollten, aber sie waren noch lange nicht dort. Also das heißt, das Objekt muss irgendwie entweder die hochgesicherte, hochverschlüsselte Kommunikation der Piloten mit dem Flugzeug, mit der Leitstelle abgehört haben oder die Gedanken gelesen haben oder so. Aber auf jeden Fall deutet allein das schon auf intelligentes Verhalten hin. Und so wie dieser Nimitz-Fall gibt es viele Fälle. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Da habe ich gerade vor ein paar Tagen ein Interview gesehen, ich glaube mit Ryan Graves, der erzählt hat, dieser Cap-Point, und das war mir auch neu, der Cap-Point, der ist gar nicht so unbekannt, der wechselt nämlich nicht innerhalb einer Übung. Das heißt, wenn man das zwei Tage beobachtet, dann weiß man, wo der ist. Das heißt, den hätte man durch reine Beobachtung tatsächlich auch rausfinden können. Ja, aber das setzt ja auch, das macht keinen Unterschied bei der Schlussfolgerung, dass es sich um intelligentes Verhalten handeln muss. Auf jeden Fall, nur es muss nicht unbedingt Gedankenlesen sein. Aber das war eine Information, die wusste ich auch tatsächlich nicht. Muss es nicht, aber der Cap-Point ist natürlich bei den Übungen, die die dort machen, oftmals festgelegt. Aber im richtigen Einsatzgeschehen ist das natürlich was anderes. Das ist ja der Combat Air Patrol Point, also ein Ort, eine Region, wo die Flugzeuge rumkreisen, um von dort aus das Geschehen zu überwachen und dann schnell eingreifen zu können. Das ist der Sinn von diesem Cap-Point. Und bei einer Übung ist es natürlich klar. Aber es gibt viele solche Sachen, die einfach auf Intelligenz schließen lassen. Und dazu gehört eben insbesondere dieses scheinbar offensichtliche, deutliche Interesse dieser Flugobjekte für Atomanlagen. Also das ist einfach eine Sache, die muss man, das muss man einfach konstatieren. Das ist wie ein roter Faden, der sich durch die Geschichte zieht, dass diese Objekte in, also sehr, sehr oft in der Nähe von militärisch sensiblen Anlagen gesehen worden sind. Also Atomwaffensilos, Atomwaffentestgelände, nuklear getriebene Atom-, also Flugzeugträger oder auch U-Boote, Atomraketen, alles Mögliche. Und das ist eben nicht nur aus den USA bekannt, sondern auch aus der ehemaligen Sowjetunion. Und das ist den Russen bekannt, das ist den Franzosen bekannt. Die Franzosen haben eine Studie gemacht auf der Grundlage ihrer offiziellen staatlichen UFO-Forschungsstatistik. Die machen das ja seit 1974, glaube ich, mit der GEPON, mit ihrer französischen UFO-Forschungsbehörde. Und da haben die festgestellt, anhand einer Räum, wie heißt es, Spatial Point Pattern Analysis, eine räumliche Punkt-Raster-Analyse oder sowas, haben sie rausgekriegt, dass die Dinger sich vor allem in der Nähe von Atomanlagen zeigen. Und das sind nur aufgrund von französischen Daten. Also das ist keine amerikanische Erfindung. Ja, und ich meine, und abgesehen davon, naja, ich meine, was machen die denn da über diesen Atomanlagen? Wieso werden Atomraketen deaktiviert, während die darüber schweben? Dann gibt es ja noch ganz andere Fälle, wo die eine nukleare Atomsprengkopf-Attrappe von einer Testrakete runtergeholt haben. Nach mir sehr verlässlich erscheinenden Aussagen der Augenzeugen, die das damals beobachtet haben. Also eines Augenzeugen, und der hat Leute, die das auch bestätigen, schriftlich. Ja, also da ist eine Intelligenz, eine wie auch immer geartete Intelligenz. Und was die hier macht, ist so eine Art Show of Force. Das muss man eigentlich konstatieren. Also wir wissen nicht, was sie wollen, wer sie sind und was sie wollen. Wir können dazu Überlegungen anstellen, die sind auch sehr interessant. Das ist übrigens mein Lieblingssteckenpferd, diese Überlegungen dazu. Aber was man einfach von den Fakten her konstatieren muss, hier ist eine uns überlegene, technisch überlegene, uns völlig unbekannte Intelligenz, die uns immer wieder deutlich zu verstehen gibt, dass wir nicht die Größten, nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern dass sie in der Lage sind, Sachen zu machen, die wir nicht machen können. Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen konkreter erfahren, was das ist. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, sie sind in der Lage, zum Beispiel Atomraketen zu deaktivieren. Da gab es einen berühmten Fall im März 1967 auf der Malmstrom Air Force Base. Robert Salas war damals ein Raketenstartoffizier, war für zehn Atomraketen verantwortlich, ich saß im Bunker, während oben dann die Wachmänner um diese Atomwaffensilos Wache gehalten haben oder um das eine, dass er verantwortlich war. Dann kam ein Anruf, hier schwebt hier so ein komisches Ding, was sollen wir denn machen? Und er hat gesagt, passt auf, dass es nicht in die Absperrung kommt. Und dann wenige Minuten klingelt das Telefon wieder und er sagt, oh scheiße, jetzt ist es aber über die Absperrung drüber und schwebt jetzt genau über diesem Atomraketensilo. Und dann sind die Atomraketen eine nach der anderen ausgefallen. Und das waren zehn Stück, die alle auch extra so gesichert waren und so konstruiert worden waren, dass sie in einem Atomwaffenangriff standhalten. Das heißt, sie waren unabhängig und redundant und alles und so gebaut, eben um solchen elektromagnetischen Interferenzen zu widerstehen. Und später hat sich dann rausgestellt, also Salas, mit dem ich auch geredet habe, das Interview findet man auf exomagazin.tv, hat sich später dann Akten dazu besorgt. Die gab es auch, die hat er tatsächlich auch freigekriegt. Und da steht schwarz auf weiß drin, der das in diesem Telegramm an die Leitstelle, die Tatsache, dass für den Ausfall von zehn Atomraketen kein offensichtlicher Grund festgestellt werden kann, gibt diesem Hauptquartier Anlass zu größter Besorgnis. Zitat Ende. Das ist so ziemlich genau, was da drin steht. Dann hat Salas allerdings rausgefunden, Mist, das war ja gar nicht mein Fall, sondern das war ein Fall, der sich eine Woche später ereignet hat. Also das heißt, das war einer von mehreren Zwischenfällen, die sich an diesen ganzen Atomwaffensilos im Norden der USA abgespielt haben, entlang des North End Tier Defense System. Also der Verteidigungswall im Norden des Landes, für den Fall, dass jetzt die Sowjets beschließen, eine Atomrakete rüber zu schicken, hätten sie dann von dort aus bei dieser gegenseitig zugesicherten Zerstörung, so hieß das ja damals im Atomkrieg, hätten sie dann von dort aus auch Raketen in die Sowjetunion geschickt. Robert, es gibt mehrere solche Zwischenfälle an Atomraketenzwischenfällen, an Atomraketenstützpunkten. Es gibt hier im Chat Menschen, also dieser Chat, das Thema triggert ungemein, das würde ich nicht wundern. Die halten das wirklich für absoluten Schwachsinn, ich fasse das mal zusammen. Und andere, die wiederum schreiben, das ist das wichtigste Thema überhaupt, setzt euch doch endlich mal damit auseinander. Also das ist auch sofort irgendwie dieses, wenn das Weltbild in Gefahr gerät, dann schießen manche Menschen sofort um sich. Also nochmal, keiner behauptet ja, die absolute Wahrheit zu kennen und zu haben, aber wichtig ist es ja, genau über diese Dinge eben zu reden, um sich am Ende auch eine eigene Meinung und ein eigenes Bild machen zu können. Was ist deine persönliche Wahrnehmung? Wurdest du dafür früher, und du sagst ja, du machst das seit 2007, häufiger angefeindet als heute, also ist das weniger geworden? Wie nimmst du das wahr, wie das Thema im Mainstream letztendlich ankommt jetzt, Stand heute? Ich mache mir nach wie vor, ich verfolge ehrlich gesagt diese ganzen Diskussionen nicht. Ich google ab und zu mal meinen Namen, ja, aber ich achte jetzt nicht viel drauf, wer mich anfeindet oder was da ist oder wer da was sagt oder so. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich finde es bemerkenswert, dass jetzt also der Fokus sich an mich gewendet hat und mich gefragt hat, ob ich als Gastautor über Ufos schreibe. Und ich war auch neulich im österreichischen Kurier als Interviewgast in dem skeptischen Podcast. Der heißt Fake Busters und die sind eigentlich vom Sendekonzept her so, dass sie sagen, jede Woche eine neue Verschwörungstheorie und einen Experten, der das aufklärt. Und die geraten jetzt eben auch ins Grübeln. Ja, vielleicht ist da eben doch ein bisschen mehr dran an den Ufos, als wir das bis jetzt gedacht haben. Und es bewegt ja auch viele Menschen. Und da müssen wir uns jetzt eben doch mal mit den Leuten unterhalten, die sich da eine ganze Weile damit auseinandergesetzt haben. Und ich finde das super. Ich meine, hey, wir leben im Space Age. Wir überlegen, dass wir den Planeten verlassen wollen. Die Russen, gut, die letzte Sonde ist leider abgestürzt nach allem, was man so hört. Aber es gibt ständig neue Bestrebungen, das Weltall zu verlassen. Quatsch, den Planeten zu verlassen, sich ins Weltall auszudehnen. Und auch die Weltraumaktivitäten nehmen natürlich immer mehr zu. Es gibt immer mehr private Satelliten, die da hochgeschickt werden, die von dort aus irgendwelche Felder vermessen oder auch Hausdächer, um die Quadratmeteranzahl zu bestimmen, um zu sehen, wie viele Solarzellen man dort installieren kann und so. Das habe ich jetzt gerade heute erst mitbekommen. Und es ist natürlich in so einem Umfeld auch abzusehen, dass man ein Informationsmonopol über Ufos, was bislang vielleicht aufgrund von Exklusivität von Satelliten bestanden hat, nicht mehr lange aufrechterhalten kann. Also weil es eben immer mehr weltraumbasierte Plattformen gibt und so. Und da muss man, man muss jetzt einfach mal wirklich langsam mal darüber nachdenken. Leute, was steckt hinter diesen UFO-Phänomenen? Wie kann das sein? Wie können die diese Flugmanöver machen? Und was für eine Technologie benutzen die dafür? Weil mit Erdöl kommen die ja nicht angeflogen. Also müssen die irgendeine Energietechnologie haben, die wir nicht haben, die wir aber gut brauchen könnten, wenn man sich anguckt, was auf dem Planeten passiert mit den Kriegen um Rohstoffe und mit der Umweltverschmutzung und so weiter. Allerdings, ja, stehen halt viele Sachen da auf dem Spiel. Die bisherige, ja, nennen wir es Weltordnung hat, wird ein großes Problem damit haben. Und so, insofern sehe ich das UFO-Phänomen als ein Katalysator für neue Entwicklungen, für frischen Wind, der auf diesen Planeten Einzug hält. Und ich kann das nur begrüßen und hoffe, dass die Menschen das aber auch sehr ernst nehmen, gerade auch bei den entscheidenden Stellen, die jetzt wirklich langsam mal ernsthaft darüber nachdenken müssten, was machen wir denn jetzt, wenn das alles wahr ist? Denn es stehen deren Arbeitsplätze und deren Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Diejenigen, die die ganze Zeit behauptet haben, das ist alles Quatsch und auf Leute eingehackt haben, die gesagt haben, aber guckt euch mal die Akten an oder sowas. Oder die, die einfach schlichtweg gelogen haben, ja. Es ist wirklich abzusehen, dass ein großer Vertrauensverlust in die Regierung einsetzen wird, wenn sich rumspricht, dass sie halt die ganze Zeit die Leute belogen haben. Und ich würde mir halt wünschen, dass das mal, also man müsste eigentlich wirklich eine Expertengruppe gründen bei der Regierung, um sich zu überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Wie machen wir das jetzt? Wir brauchen Krisenkommunikation, wir brauchen Kommunikationsplan, wir brauchen irgendwas. Gut, da ist aber die große Frage, woher sollen diese Experten kommen? Also Entschuldigung, aber die Frage muss sich einfach stellen. Ja, die haben doch, die beschäftigen doch auch sonst da im Bundeskanzleramt irgendwelche Experten für Nudging und so. Das haben wir doch gehört. Die haben doch da Leute eingestellt, noch unter Merkel. Sie müssen da jetzt mal langsam, also ich meine, UFO-Experten gibt es wirklich wenige. Das muss man sagen. Man muss sich vielleicht an diejenigen wenden, die sich, also es gibt zum Beispiel einen, der macht das ganz offiziell im Auftrag seiner Universität. Das ist Professor Hakan Kajal von der Universität Würzburg. Der macht sehr gute Arbeit. Den Mann, der weiß auch über den Hintergrund des Phänomens Bescheid und dass da höchstwahrscheinlich eine Intelligenz dahinter steckt. Und den schätze ich sehr. Der hat aber keine Forschungsgelder. Das wäre zum Beispiel mal ein erster Schritt. Der sollte mal Forschungsgelder kriegen. Und dann gibt es natürlich noch Leute bei den UFO-Forschungsvereinen, die mit den bescheidenen Mitteln, die sie haben, sehr, sehr gute Arbeit leisten und die bekannten Phänomene von den Unbekannten trennen. Und man muss ja sagen, dass 95 Prozent von allem, was als UFO-Sichtung gemeldet wird, sich im Nachhinein als ganz konventionell erklärbar herausstellt. Die wirklich interessanten Fälle spielen sich bei der Bundeswehr ab oder überhaupt bei der Marine, bei der Luftwaffe. Das sind eben die Fälle, die auf mehreren Sensoren festgehalten worden sind und die dort Sachen machen, die sich die Experten nicht erklären können. Und da wird es sicherlich Experten dort geben. Also auch wenn die Deutschen sagen, es interessiert sie nicht und so, glaube ich kein Wort. Das bringt mich. Und wenn sie das nicht interessiert, dann sollen sie bitte mir erklären, wieso das rings um Deutschland herum alle zu interessieren scheint, aber nur die Deutschen nicht. Das bringt mich allerdings zu der Frage, welcher Quelle du, der du dich jetzt so lange damit beschäftigst, du vertraust. Also wo du sagst, das ist eine Quelle, die ist vertrauenswürdig. Und das ist eine Quelle, die ist eher schwierig. Also hast du da irgendwie einen Mechanismus entwickelt oder ist das ein Gespür oder worauf verlässt du dich da auch auf Intuition? Also wie kommst du an deine Information? Weil ja grundsätzlich auch die Gefahr besteht, wie bei jedem Thema, dass man möglicherweise Dinge auch gerne hätte oder auch sieht, die aber dann möglicherweise auch wiederum aus Quellen kommen, die, um es mal jetzt vorsichtig zu sagen, Schwachsinn sind. Ja, also was ich vorhin jetzt gesagt habe, ich kann jetzt keine allgemeingültige Antwort darauf geben, aber ich kann sagen, ich nehme die ganz normalen journalistischen, normale journalistische Handwerkszeug zur Hand, was man eben so hat. Und wenn du freigegebene Regierungsunterlagen hast von 1967, die vom Geheimdienst freigegeben wurden, zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar kein Informationsfreiheitsgesetz gab und wo nie abzusehen war, dass es jemals an die Öffentlichkeit gelangen wird und wo dann solche Sachen drinstehen, dann ist das schon eine wertvolle Information. Und dasselbe gilt natürlich für Informationen von militärischen Augenzeugen wie Robert Sellers, der dann auch noch eidesstattliche Aussagen anzubieten hat von seinem ehemaligen Chef, der damals auch dort in dieser Startkapsel war und genau dasselbe bestätigt, was er auch gesagt hat. Ja, also du hast hier mehrere Leute, die unabhängig voneinander dieselben Sachen aussagen. Naja, und darüber hinaus gibt es ja jede Menge Dokumente, die jetzt an die Öffentlichkeit kommen. Also es gibt, also ich könnte jetzt ein paar aufzählen, es ist egal, aber ich mache im Grunde die ganz normale Arbeit eines jeden Journalisten und wenn man das macht, dann kommt man dahinter, dass hinter diesem Phänomen sehr viel mehr steckt und dass es sehr ernst zu nehmen ist. Wie geht das für dich weiter? Also was denkst du, was erwartet uns jetzt in den nächsten Monaten, Jahren? Das würde ich gerne zum Schluss nochmal wissen. Klar, du hast keine Glaskugel, aber trotzdem, du sagtest eben, es wird jetzt nicht so schnell gehen. Aber was wird nicht so schnell gehen? Das hattest du noch nicht ausgeführt. Und ja, was sind deine Erwartungen an dieses Thema? Was kommt da jetzt bis wann noch ans Tageslicht? Was uns erstaunt? Also wer sich jetzt schon in Stellung gebracht hat, ist der militärisch-industrielle Komplex. Die haben natürlich jetzt aufgrund dieser neuen möglichen Bedrohung, die sie zumindest so zeigen, also die, was ja auch vom US-Kongress so gesagt worden ist, das ist eine Bedrohung der nationalen Sicherheit, haben die jetzt ein Argument, neue Technologien anzubieten, neue, was weiß ich, Satellitensysteme, vielleicht sogar Waffen, neue Waffen im Weltall zu stationieren. Also die haben sich schon in Stellung gebracht, die haben auch schon mit ehemaligen UAP-Experten, also UFO-Experten, Verträge abgeschlossen. Es findet eine Professionalisierung dieses ganzen Themas statt. Es hat sich auch gerade eine Stiftung gegründet, die Sol Foundation, die Policy Papers rausgeben wird und die ansonsten auch beraten wird und so weiter. Der mexikanische Kongress wird am 12. September um 4 Uhr, um 16 Uhr Ortszeit eine Anhörung machen, genau wie der amerikanische US, also amerikanische Kongress. Es wird auch Ryan Graves dabei sein, der eine Marinepilot. Also wir werden sehen, dass das Thema jetzt immer mehr sich auch internationalisieren wird und professionalisieren wird. Es wird immer zwei Schritte vor und einen Schritt zurück geben. Wenn wir Pech haben, zwei Schritte vor und dann zwei Schritte zurück. Aber das Thema wird nicht mehr in die Flasche zu kriegen sein. Das Thema, die Katze ist aus dem Sack. Aber es stecken große wirtschaftliche Interessen dahinter. Also jetzt gerade also das Keyword militärischer Komplex, da habe ich so gleich gedacht, okay, das kennen wir ja irgendwoher. Ja, das ist ja, also da könnte es ja auch andere Interessen geben. Ja, sicher, klar. Ich meine, das ist ja auch die große Besorgnis von all denen, die immer nach Project Bluebeam und der neuen Weltordnung und Fake, was haben Sie gesagt, False Flag und sowas rufen. Natürlich, das ist selbstverständlich ein Thema, bei dem man sich darauf einstellen muss, dass versucht werden wird, das zu instrumentalisieren auf irgendeine Art und Weise. Aber da kann ich nur sagen, was das jetzt angeht, was diese Fake Alien Invasion angeht. Also es ist wirklich sehr gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass dieses Phänomen ja schon seit Hunderten von Jahren da ist. Nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg und auch nicht erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern es gibt schon aus dem 16. Jahrhundert Berichte von Himmelserscheinungen, die wir uns damals nicht erklären konnten und die wir uns heute immer noch nicht erklären können. Damals wurden sie religiös gedeutet. Heute, wenn man sich das heute anguckt, eher so sieht er aus wie eine UFO-Sichtung. Und das gab es nicht nur im mitteleuropäischen Raum, sondern auch im südamerikanischen Raum und in allen möglichen Kulturen. Es gibt aus Japan von vor 1000 Jahren irgendwelche Berichte. Und es gibt ein interessantes Buch dazu, das heißt Wonders in the Sky von Jacques Vallée und Chris Orbeck. Und ich habe gehört, dass Andreas Müller von Grenzwissenschaft Aktuell, ein Kollege, den ich sehr schätze für seine Arbeit, auch gerade ein Buch darüber veröffentlicht hat. Und das heißt Deutschlands historische UFO-Akten. Und da sieht man, dass das Phänomen schon seit Hunderten von Jahren da ist. Und wenn es seit Hunderten von Jahren da ist und uns schon damals so überlegen war und uns nicht angegriffen hat, dann gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sie das jetzt tun sollten. Sie waren schon immer da und es gibt uns immer noch. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Das heißt, du gehst von der friedlichen Variante aus? Ja. Also grundsätzlich erstmal ja, aber natürlich muss man sagen, dass es auch, es gibt auch dunkle Episoden, es gibt auch dunkle Kapitel in dieser UFO-Geschichte, die ich auch in meinem Buch mit aufgreifen werde, wo also wirklich Menschen zu Schaden gekommen sind, bis hin zu gestorben sind. Und das gehört auch dazu. Die US-Regierung hat zum Beispiel einem Militärpolizisten, der 1980 während des berühmten Randall'schen Forest Falls Dienst geschoben hat, eine Invalidenrente zugesprochen. Aufgrund der Verletzungen, die er davon getragen hat, während er im Licht verschwand. Robert, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für die vielen Informationen, die es jetzt zu verarbeiten gilt. Vielen Dank. Und wir werden sicherlich in regelmäßigen Abständen wieder von dir hören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Das nächste Mal gern in Person ein Hamburg. Sehr gerne. Das machen wir. Vielen Dank. Dankeschön. Schöne Grüße nach Mallorca. Danke. Schönen Abend. Boah, krasses Thema. Ja. Also krass auch, weil diese Emotionen, die hier so parallel hochkochen, auch im Chat, das ist immer wieder was, auf der einen Seite denke ich, okay, ich freue mich drüber, dass hier bei uns einfach jeder auch seine Meinung reinschreiben darf, so wie es sein sollte. Jeder darf seine Meinung sagen. Solange sie einigermaßen gesittet bleiben. Ich beobachte das ja nicht. Ja, es sind natürlich auch einige dabei, die sich an diese Regel nicht halten. Okay. Aber ich finde es halt, ich meine, das ist doch die Grundidee auch menschlicher Kommunikation, über alles zu sprechen, alles für möglich zu erklären. Ja, und ich würde ja eigentlich auch annehmen, dass die Leute, die bei uns reingucken, das auch finden. Ja, es sind auch viele dabei. Da können Sie ja auch auf der Tagesschau gucken, da werden Meinungen verboten oder nicht dargestellt oder weggelassen oder verdreht. Ja, vor allem auch, was mich immer an diesen hochgekochten Informationen so wundert, einfach nur wundert, ist, dass wir ja grundsätzlich auch immer sagen, dass es nur unsere Wahrheit ist, dass es nur ein Puzzleteil ist. Wahrheit, Sichtweise. Sichtweise, ja. Und auch da, also eine Sichtweise meine ich jetzt das Gesamtpaket, weil es gibt auch einige Punkte in jedem Interview, wo ich jetzt auch sage, das sehe ich auch wieder anders. Nur ich kann natürlich nicht jedes Mal dazwischen gehen, weil sonst wird die Sendung fünf Stunden lang jedes Mal. Nee, und außerdem geht es ja auch nicht darum, dass man sich darüber streitet, weil wenn man jemanden fragt, wie er das sieht, dann muss man ihm ja nicht widersprechen und erzählen, dass man das aber anders sieht, es sei denn, das ist eine Diskussion. Ja, hier schreibt zum Beispiel, Politik ist Mafia, was bringt es, wenn die Infos immer nur von Staaten kommen, so. Fairtalk schreibt Spike, immer top. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen, sagt Nino. Silva schreibt, kosmische Enthüllungen auf Gaia mit einem Zwinker-Smiley. Also ich will nochmal gerne eine Sache sagen, irgendwie, da hänge ich mich ein bisschen an Jeremy Corbell, der hat das... Wer war das jetzt nochmal? Ja, das ist einer dieser Journalisten, die da in Amerika federführend weit vorne sind. Diese ganze Geschichte ist, also die Zeit, dass wir dazu eine Meinung haben, ist vorbei. Das hat er so gesagt. Er hat gesagt, es ist nicht mehr die Zeit der Meinung, weil die Beweise einfach so klar auf der Hand liegen. Jetzt geht es darum, was fangen wir damit an, mit all dem, was wir wissen und was müssen wir alles rausfinden, was wir alles nicht wissen. Aber die Zeit, darüber eine Meinung zu haben, ob es irgendwie diese Phänomene gibt oder nicht, die ist vorbei. Das ist geklärt, sonst würde sich der Kongress damit nicht befassen. Ja gut, aber jeder darf ja seine Meinung sagen. Also die Meinung ist ja wichtig, um in ein Thema einzutreten. Ja, aber nur, wenn man auch ein bisschen Ahnung davon hat. Na, stopp mal. Aber da, guck mal, an der Stelle sind wir jetzt, da sind wir nicht einer Meinung. Aber ich kann ja mit dem Satz mal zu Ende reden. Ja, nee, aber ich darf einmal kurz sagen, ich muss immer kurz dazwischen gehen, weil Ahnung davon haben ist ja auch schon wieder eine Wertung. Nee, überhaupt nicht. Also wenn man, man kann, ich finde es mal schwierig, eine Meinung zu etwas zu haben, ohne sich damit mal befasst zu haben. Dann kann man sich hinstellen und sagen, ja, weiß ich nicht, kann ich keine Meinung zu haben, habe ich mich nicht mit befasst. Aber in der Regel ist es ja so, dass die stärksten Meinungen dort sind, wo man sich noch nicht mal mit irgendwas befasst hat. Aber alles basiert ja auf der Information von Dritten, außer das, was ich wirklich selber erlebt, erfahren habe, also was ich gesehen habe, was ich angefasst habe. Das gehört dann zu den Dingen, mit denen man sich befassen kann, mit den Meinungen von Dritten oder mit Informationen von Dritten. Aber wenn man sich damit gar nicht befasst, sondern nur sagt, ja, nee, das war alles schon immer Unsinn, habe ich noch nie dran geglaubt, deswegen bleibt das jetzt auch so. Das kann man, ich weiß nicht, das ist für mich keine ernstzunehmende Meinung mehr. Max schreibt zum Beispiel, fand das jetzt schade, dass Jens den Robert so abwirkt. Also ich wollte ihn gar nicht abwürgen, sondern wir haben immer so ein Zeitfenster von 30 bis 35 Minuten für diese Interviews per Zoom. Und es wird sicherlich auch noch die Gelegenheit geben, längere Interviews mit Robert zu führen. Hat er ja auch am Ende gesagt, dass er gerne auch nochmal wieder hier zu uns ins Studio kommt. Also aber danke für den Hinweis und danke für die Meinung. Wenn das nach Abwürgen klang, kann ich nur sagen, sollte nicht so sein. War kein Abwürgen. Ich glaube, im Prinzip war er eh schon länger dran, als wir eigentlich gesagt haben. Hier kommen noch Meinungen rein. Man sollte sich erstmal damit befassen. Genau, das ist der Punkt. Einfach damit befassen. Zum Beispiel habe ich da auch einen guten Tipp für Leute, die dieselbe Frage hatten, die du ja zweimal gehabt hast. Was gibt es denn jetzt eigentlich für Beweise? Es gibt ein sehr interessantes Buch, das ist quasi das Standardwerk dazu, von Robert Hastings, das heißt UFOs and Nukes. Denn da werden diese ganzen gesammelten Vorfälle beschrieben, also wirklich im Detail über diese Zwischenfälle mit Atomanlagen. Also Atomanlagen, dazu gehören dann auch zum Beispiel Flugzeugträger oder Raketen. Dieses Buch ist schon ein bisschen älter und eine unglaublich akribische Sammlung. Also da sind auch die Vorfälle drin, die Robert alle beschrieben hat. Hier hat so Randall Shamp Forest, wo eben zwei Soldaten so geschädigt wurden, dass sie inzwischen Berufsunfähigkeitsrente bekommen. Was ja auch schon interessant ist. Oder auch der Vorfall, den Robert Salas beschrieben hat. Also dieses Buch UFOs and Nukes von Robert Hastings ist ein Standardwerk. Es gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch oder nur in der gekürzten Variante. Dieses Original ist unglaublich lesenswert. Und wenn man das gelesen hat, dann hat man diese Frage nach den Berichten zumindest schon mal nicht mehr. Das heißt ja nicht, dass man die alle glaubt. Aber jedenfalls weiß man dann, es gibt Hunderte davon. Also das nochmal, um das auch dir nochmal zu beantworten. Was sind denn jetzt die sticherigen Beweise? Ja, ich glaube aber, da sind wir bei einem ganz spannenden Thema. Und das hat auch was mit dieser neuen ZAT-Qualität zu tun. Das hat auch mit den Dingen zu tun, die wir zum Beispiel von Christoph Niederwieser und so erfahren haben. Dieses, der Übergang vom Erdzeitalter ins Luftzeitalter, dieses, es wird halt in Zukunft verstärkt auf unsere Intuition ankommen. Ja, unbedingt. Das heißt, weil hier kam gerade ein Kommentar, das sei leider schon wieder weg, doch hier noch von Isi. Wir sind immer auf Experten angewiesen. Wir haben alle keine genaue Ahnung. Und ich bin aber mittlerweile überzeugt davon, dass wir sehr viel mehr wissen, wenn wir das Wissen nicht irgendwie im Außen abrufen, sondern im Innen. Also die innere Stimme, dann haben wir bei sehr vielen Dingen. Und dann muss es mir auch keiner beweisen, weil das ist das, was ich mir dann rausnehme und sage, ich finde, das fühlt sich richtig an oder ich finde, das fühlt sich falsch an. Und dann muss sich doch jemand anders nicht dadurch getriggert fühlen, dass es sich für mich richtig oder falsch anfühlt. Und das ist auch immer das, was ich nicht verstehe. Ja, das wäre ja der Traumzustand. Ja, aber ich verstehe es nicht. Musst du ja auch nicht. Doch. Ja? Ich möchte es ja verstehen. Ach so. Warum sich jemand anders getriggert fühlt? Nein, nicht warum... Eigentlich kannst du das gar nicht verstehen. Das kann ja nur er verstehen, wenn er Glück hat oder sich ein bisschen damit befasst. Nein, warum wir grundsätzlich die Meinung des Anderen nicht erstmal stehen lassen können. Weil es das eigene Meinungsgebäude gefährdet. Ja, ja, ich nochmal, es wäre nicht so, als hätte ich das in meinem Leben nicht schon 100.000 Mal erlebt und als wäre ich nicht auch selber schon irgendwie drauf reingefallen. Wir sind ja auch alle nicht frei davon. Das passiert uns ja selber dann auch immer nochmal wieder. Guck mal, wir machen selbst zwischen uns beiden, da haben wir jetzt wieder, sind wir wieder ein bisschen, ja, manchmal sind wir, vergaloppieren wir uns auch. Das passiert uns ja auch. Wir sind ja auch nur Menschen. Ja, oder wir geraten mal aneinander, weil wir uns tatsächlich gegenseitig triggern. Vor der Sendung zum Beispiel kurz sind wir eben einmal richtig aneinander geraten, weil es ging so um dieses Thema, wie tief können wir in der kurzen Zeit in dieses Thema reingehen. Aber das ist dann in Ordnung, jeder spricht das aus, das fühlt sich dann im ersten Moment auch so an, warum kann er das denn jetzt nicht kapieren, das ist das Gefühl. Aber auch sofort dieses, ja, aber es ist seine Meinung dazu und die darf er haben und die kann ich ihm nicht nehmen und die will ich ihm auch gar nicht nehmen. Und das müssen wir alle üben, also und ich merke jedes Mal, wie es mir dann mit der Zeit leichter fällt. Also das war eine ganze Zeit lang in meinem Leben unglaublich schwierig, vielleicht sogar unmöglich, würden einige Leute vielleicht sagen, aber je mehr man das übt, desto besser geht das. Ja. Lass doch andere Leute mal andere Leute sein und lass sie mal so sein, wie sie sein möchten. Das ist schön gesagt, solange sie nicht versuchen, mir zu schaden. Genau, genau. Ja, ja. Und das ist auch etwas Nettes. Das ist doch fast wieder ein Schlusswort. Ja, kann man so sagen. Das ist auch wirklich was, gerade bei diesen Themen, das ist mein persönlicher Wunsch, bei diesen Themen, die wir ja auch genau aus dem Grund hier bei Fairtalk mit anbieten. Wir haben ja so ein weites Themenspektrum genau aus diesem Grund, weil wir sagen, wir unterhalten uns genauso über Ufos und die neuesten Erkenntnisse, wie zum Beispiel auch über das Thema Ernährung. Da habe ich jetzt zufällig einen Tipp, weil heute Abend geht nämlich unsere Ernährungssendung auf Augenhöhe online. und die könnt ihr euch gerne im Anschluss anschauen, weil da geht es richtig zur Sache. Genau, da sind richtig die Fetzen geflogen, das lohnt sich wirklich. Ja, ja. Ich höre gerade aus der Regie nur für Abonnenten. Also jetzt wollen wir auch noch euer Geld, das ist ja unmöglich. Ach, das auch noch, ja. Ihr könnt für einen kleinen Betrag das Ganze drei Tage vorher schauen und zwar bei Vimeo, Patreon oder Kanalmitglied auf YouTube werden. Und kleiner Betrag heißt, ich glaube, vier Euro, ne? Ja, irgendwie sowas um den Dreh rum. Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Und da wir vier Videos im Monat machen, ist das ein Euro pro Video. Da können wir jetzt auch wirklich nochmal appellieren, dass das auch vielleicht nochmal Leute mehr machen als bisher. Ja. Weil so teuer ist es echt nicht. Und wir haben eine Fairtalk-Staffel vom 12. bis zum 14. September in Hamburg. In Hamburg. Genau. Und da freuen wir uns auch, wenn ihr live dabei seid und uns mal besuchen kommt und im Publikum sitzt und dann dort eure Fragen stellt. War immer toll bisher. Also immer mega, mega Abende gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Schauen wir mal, ob hier im Chat noch was dabei ist oder... Vielleicht sollten wir noch sagen, dass sie dann am Donnerstag kommt, die dann bei YouTube. Die Sendung. Was? Die Sendung über YouTube. Genau. Am Donnerstag kommt die bei YouTube. Und genau. Dann ist sie auch frei. Dankeschön übrigens auch an alle, die jetzt hier während dieser Sendung gespendet haben. Ich kann da immer nicht direkt dazwischen gehen, weil dann würde ich Robert oder Spock oder wie auch immer sofort ins Wort fallen. Aber wir nehmen das wahr. Wir danken euch ganz herzlich dafür. Und ja. Hier kommt noch... Nö. Ich kann leider immer nur als Aufzeichnung vorbeikommen. Steht hier als Aufzeichnung. Wie kommt man denn als Aufzeichnung vorbei? Racken. Das soll man mal schicken, die Aufzeichnung. Genau. Wunderbar. Klasse Sendung. Vielen Dank. Guck mal, das wollten wir doch jetzt noch ein paar freundliche Worte zum Schluss. Gerne auch konstruktive Kritik. Wie gesagt, immer gerne. Willkommen. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Jens live. Spock, ich danke dir. Liebe Grüße aus Hamburg. Vielen Dank an Alex in der Regie. Und herzlichen Dank an euch alle. Danke an alle im Chat. Danke auch nochmal an Robert Fleischer für seine Zeit. Und danke, dass ihr dieses Projekt hier mit uns gemeinsam ermöglicht. Schönen Abend. Und wie gesagt, die Ernährungssendung nicht vergessen. Das ist mega. Tschüss. Tschüss. Tschüss.